hello grüß euch also hier ein neues projekt ein kleines projekt von mir dass ich jetzt noch mal einen angriff nehmen werde wo ich quasi so ein bisschen überschüsse die ich jetzt hat angesammelt hat in diesem jahr weil das ist jetzt hat 2021 ist jetzt sozusagen voraussichtlich sind nicht vorbei aber voraussichtlich de facto jetzt schon das jahr mit mit den größten umsetzen in dem was ich tue als selbstständiger seit beginn meiner selbstständigkeit also was jetzt auch nicht so viel ist aber immerhin für mich ist es ein meilenstein sozusagen ich hatte halt auch sehr guten auftrag dieses jahr mit einem der größen großen automobilhersteller und ja und sozusagen das was ich so ein überschuss natürlich habe bereits natürlich versteuert und so weiter natürlich könnte ich dann noch sehr viel optimieren aber ich bin auch nur quasi ein mensch also long story short dieses projekt geht jetzt und wird wird lauten von 20.000 auf 200.000 ja in in jetzt wieder vergessen in leute ich muss das mal kurz ausrechnen es war richtig für die unvorbereiteten aber so bin ich halt nun mal mit 1000 sachen also hier 20.000 20.000 ich mache im jahr 50 prozent dann brauche ich bis 200 6 jahre ja was ist denn das für eine headline von 20 auf 200 verzehnfachung in sechs jahren ist das eine gute headline ich weiß nicht dann brauche ich für eine million zehn jahre ja dann machen wir die headline okay jetzt habe ich gerade die headline wenn ich das video drehe habe ich die headline erfunden von 20.000 auf eine million in zehn jahren das sollte man eigentlich hier dann schaffen ja und zwar das ziel ist im durchschnitt auf zehn jahre 50 prozent rendite auf eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf zwölf ja gut manche sind natürlich jetzt doppelt ich bin nämlich dreimal alphabet drinnen und zweimal microsoft letztendlich sind es halt nur sind zwar zwölf optionsscheine aber nur neun ding das ist völlig egal wie viel optionsscheine das letztendlich sind oder wie viele firmen die kann ich auch mal austauschen ja aufgrund meiner gedankengänge sagen wir mal so ja also da kann jetzt auch mal irgendwie vielleicht mal irgendwann eine apple dann drin sein oder sowas das ist dann nicht das was fix ist ja also da habe ich dann schon das wäre ein bisschen zu blöd ja auf zehn jahre mich da genau festzulegen wie viele optionsscheine und welche firmen aber von 20.000 das sind jetzt insgesamt ungefähr 20.000 wenn wir das jetzt hier mal zusammenrechnen alles ja und und von 20.000 auf eine million euro in zehn jahren das ist jetzt sozusagen von diesem teil projekte das ist letztendlich ein projekt innerhalb als was du hier siehst ist jetzt innerhalb eines größeren portofolios das kann man nicht so schön abtrennen also ich finde das eigentlich super das wird auch immer besser von von der gui her und so weiter es gibt wahrscheinlich noch bessere aber es egal und ja und wir sind jetzt hier zum beispiel ich habe jetzt diese optionsscheine alle im laufe der letzten zwei drei wochen so was aufgesammelt es hat eine weile gedauert bis ich mich entschieden habe was ich da alles mit rein nehme ich sagte gleich voraus wo ich mir sehr unsicher war sehr unsicher war ich mir bei bei paypal bei disney und bei facebook weil facebook doch sagen wir eher ja ich habe mich dann doch für facebook entschieden und zwar aufgrund dieser umfilmierung und dieser präsentation von mark zuckerberg wo die hinwollen das ist noch ein alt mit dem alten namen der facebook der der optionsschein heißt noch facebook aber die heißen jetzt seit meter verse und was die alles machen wollen ich und das hat mich wirklich überzeugt ich bin ja auch so ein kleiner futurist ich weiß auch alle nachteile gläserner bürger und alles nachteile und also ich bin auch teilweise ein bisschen skizofren aber dass das kommen wird da da habe ich keine zweifel dran also dass wir uns quasi virtuell da in räumen treffen und so das wird alles kommen überhaupt kein überhaupt kein zweifel wo ich überhaupt keinen zweifel hatte war alphabet amazon microsoft ja und lvmh also das ist sozusagen noch so als beimischung mal was was non tech ja lvmh wo mir sehr gut vorstellen könnte dass die im laufenden nächsten zehn jahre auch lvmh sich noch extremst weiter digitalisieren so dass man quasi in virtuellen räumen shoppen kann ja und so weiter das wird alles kommen überhaupt kein zweifel erst ist diese diese welten werden zusammenwachsen und wie gesagt das ist jetzt nicht unbedingt super fix aber das ist jetzt erstmal so vom von der summe her 20.000 ja das kann sich ständig ändern und vielleicht auch updaten monatlich einmal mindestens oder 14 täglich würde ich sogar sagen vielleicht oder monatlich aber so recht viel ändern werde ich da nicht die werde ich dann rollen man sieht ja hier zum beispiel dass die immer eine laufzeit haben von mindestens ein eineinhalb jahren noch besser zwei jahre weil man kann sie ja vorher immer jederzeit verkaufen aber so vermeidet man halt dass man sozusagen irgendwie in der korrektur einläuft und dann läuft option schon aus man ist dann gezwungen zu verkaufen und hat dann verlust gemacht obwohl er sich drei monate später sechs monate später wieder erholt hätte und ja das ist sozusagen mein kleines projekt jetzt aufgesetzt habe und ja das wenn man gemeinsam ihre folgen auf dem kanal und rechnen auch ein paar beiträge dazu machen und mit euch teilen und mal schauen ob ich da quasi eine zusätzliche millionen machen kann aus dem ganzen innerhalb der nächsten zehn jahre bis dahin dein thomas klein und wir sehen uns im nächsten video bei beiden